die ganzen knöpfe bringen wir auch nichts das war mein fehler fall das ist okay das war grinding stone of stone in the east das portet mich nur hier wieder hin das portet mich hierher zurück das portet mich bei scott wohin das macht auch nicht viel mehr auf außer das da ja da höre ich dass sich was öffnet aber ansonsten nichts genau die schließen sich nämlich jetzt wieder und ich kriege meine beiden steine zurück schwierig schwierig ich weiß nämlich nicht wo ich jetzt gerade auf dem schlauch stehe ich ja das hat das zu gemacht gemacht runterfallen bringt nichts hier lande ich nämlich hier oder hier da bin ich halt hier gelandet da bin ich in der also da lande ich da da lande ich in der wand oder sonst 1 2 3 4 5 6 7 8 ja das ist die komplette reihe hier und ja hier hat er sich einfach um eins vertan und ich kann jetzt nicht mehr da lang weil ich irgendwas umgelegt habe ja ich höre stone of stone unter mir und hier falle ich einfach nur in die wand rein ok das war nicht der hier bitte nicht umgelegt hatte sondern irgendwo anders ich habe es schon wieder vergessen was macht der nochmal klappt mir auf jeden fall meine wurfsterne der bringt mich einfach wieder hier hin ok eingangs bereich von mir aus gifbomben federfall ja das ist der weg nach oben das ist aber noch nicht der weg den ich suche ops jetzt bin ich wieder oben es gibt aber auch keinerlei hinweise oder so zum beispiel wenn ich mich da unterfallen lasse wo lande ich dann ja hier ja 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 Hat aber keine höhere Bedeutung, mich hier reinzuschmeißen. Außer, dass ich Milquid finde. Und mit dem bin ich überladen. Und da hinten höre ich halt Feuerelementare und die Golems rumlatschen. Federfall ist deaktiviert. Und hier erkennen wir noch keinen Weg. Hier rein. Ich höre nur Grinding von Stone of Stone im Osten. Nur ist der Osten eben nicht so klein. Das ist doch nicht zu fassen. Wo geht's da nochmal hoch? Ach ja, in den Gang hier. So mache ich hier auf. Und lande wieder hier. Ups. Bin wieder hier. Es gibt keinen Hinweis. Nichts. Das Gebiet ist riesengroß. Mit den ganzen Teleporter, die sonst wohin führen, ist das nicht viel einfacher. Das ist genauso wie die Sache für was ist der Knopf gedacht. Hier sind halt so viele Knöpfe. Vor allem die Einweg sind. Und ich brauche wieder. Federfall wurde deaktiviert. Hier geht's nur runter. Aber was bringt's mir hier zu sein? Also dass ich von hier aus hier wieder hochkomme. So, jetzt bin ich wieder hier oben. Komm. Komm wieder hier runter. Kann wieder hier runter. Kann den Teleporter wieder ausschalten und das war's. Ich kann hier wieder das Licht löschen. Was mir auch nicht wirklich viel hilft.